Dank der vielfältigen Landschaften und hochwertigen Böden, die sich von den Pyrenäen bis zum Mittelmeer erstrecken, bietet Katalonien eine Fülle an Früchten, die sich durch eine besondere Süße auszeichnen. Diese Süße macht sie zu einer sehr vielseitigen Zutat, die in den kulinarischen Kreationen einiger der besten Restaurants der Welt verwendet wird. Frisches Obst spendet Feuchtigkeit und liefert eine große Menge an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen, weshalb es ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Ernährungsweise ist, insbesondere der unseren, der mediterranen Ernährung. Sie wird von der WHO und der FAO als eines der gesündesten und nachhaltigsten Ernährungsmodelle anerkannt und wurde von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Nahezu alle Anbaugebiete sind mit Gütesiegel zertifiziert. Die dort angewandten Bewirtschaftungstechniken erfüllen die höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien und entsprechen den fortschrittlichsten Standards der Europäischen Union. Katalonien ist einer der wichtigsten Exporteure von Steinobst, Kernobst sowie Zitrusfrüchten und in mehr als 120 Märkten präsent. Zu unseren Kunden gehören die anspruchsvollsten europäischen und globalen Unternehmen, die besonderen Wert auf Qualität, Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit legen. Diese Führungsposition macht Katalonien zu einem innovativen Hub, einem Verfechter der stetigen Forschung zur Verbesserung von Kulturpflanzen, zur Reduzierung von Abfällen und zur Optimierung der Produktions- und Vertriebsprozesse. Katalonien – hier ist Obst Kultur.